Hallo, ich bin Johannes von newgeartes.de und auf der CES 2012 in Las Vegas. Und Lenovo zeigt hier ein neues Ultrabook, nimmst du das Lenovo IdeaPad U310, ein 13 Zoll Ultrabook. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier ein Glossy Display mit 13 Zoll, hier oben die Webcam mit integriertem Mikrofon. Hier unten haben wir die Chiclet Style Tastatur, eine Power Tastatur und hier ein großes Touchpad mit integrierten Maustasten. Hier unten die Status-LEDs, den Kartenleser, wenn wir es mal zumachen, haben wir ein dünnes Display. Und an Anschlüssen haben wir hier erstmal Ethernet-Port HDMI 2x USB 3.0 und auf der rechten Seite Audio-Port integriertes Mikrofon USB und den Anschluss für das Netzteil. So ein schön dünnes Gerät, sehr schön verarbeitet, sieht schön aus, Lenovo IdeaPad U310. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Vielen Dank.